Hallo und herzlich willkommen bei Hellblade. Okay, jetzt. Konzentration. Schwierige Passage. Ja, wo kommt? Kommt. Perfect! Okay. Mm-hm, mm-hm, mm-hm. What? Where are we? We попыт Was ist das? Ja, wie weißt du, das schaffen wir, Mann? Weiß nicht, vielleicht, okay, Moment, schaffen wir schon. Oh, okay. Du hast es versucht, sich schnell zu retten zu retten. Du hast es geschafft! Wo sind wir? Es ist nicht sicher, dass ich mich nicht zu retten bin. Ich bin nicht zu retten. Du bist nicht zu retten. Du bist nicht zu retten. Das ist das, was der Tod ist. Du bist nicht zu retten. Mach! Du bist nicht zu retten. Und jetzt? Wo geht's raus? Ah, sieke! Geil, Geil, Geil! Geil, 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 Geil! Geil, Geil, Geil horse meal Ahah! Huh? Geil, Geil, Geil Oh, Phantom Haben wir es jetzt geschafft, oder? Yes. Sie sagen, ich bin Cursed. Was, wenn sie richtig sind? Wie würden sie wissen, sind sie Gott? Nein, wir sind. Sie sind nur Leute. Sie sind guter Menschen, aber sie sind Angst. Sie sind Angst, was sie nicht sehen können. Sie sind Kinder, Angst vor der Schmerzen. Sie machen historien, um die Vögel zu erfüllen. Was mein Vater? Sie müssen aus dieser Schmerzen. Sie sehen, wie Sie wirklich sind, wie ich bin. Sie sind nicht ein Monster. Without you, das Darkness hat mich ein Monster gemacht. Was, wenn das nicht k аккуратner ist? Was, wenn du nicht kräftest ist? Was, wenn du falsch bist? Was, wenn das nichts zu tun mit dem Sword? Was, wenn wir nicht falsch sind? Was, wenn es das Ende ist? Das ist nur ein Tricks. Das ist nur ein Tester. Du bist gar nicht leid. 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 Das ist gar nicht leid. Du bist gar nicht der Spiel. Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen über ein Gott der Norden, der Baldr. Der zweite Sonn von Odin. Er war schön, gut und wunderschön. Er war fairer von Featuren, er sprach fairer Worte, er gab fairer Juden. Licht sah aus ihm, nur gute Dinge sagten ihm. Yet he was the first of the gods to die. Die Brücke. Du bist so weit gekommen. Aber die Brücke ist verletzend. Es gibt keine Weise, dass du dich beschädigst. Was machst du? Ich bin Jessen. Mведen Sie? Auf der Gretelung aus dem Ferne zu sehen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich werde mir hier zu sehen. Ich werde nicht mehr sehen. Wer wird hier falsch. Es ist gefährlich. Es ist gefährlich. Es geht nicht zu nahe. Es geht nicht nach dem Mars. Du wirst nicht wissen, was passieren. Wo sind wir? Es ist die gleiche. Es ist eine andere Welt. Es ist leichter. Es ist leichter. Ich mag es hier. Kann wir bleiben? Wir bleiben hier. Ich mag es. Es ist safe. Es ist nicht verletzt. Es ist verletzt. Es ist verletzt. Los geht's. The Northmen tell this story about the death of Baldr. It begins with dark dreams. Night after night, Baldr dreams of his own death. And the gods fear for his life. So Baldr's mother makes everything in the world. Fire, water, iron, stone, earth, wood, beasts, birds, serpents, poison, sickness. Swear an oath not to harm herself. Swear an oath not to harm herself. We will back to your side. Das calls back zu mir. We will die. Swear an oath not to him. Sie didn't die. You will die. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Die Gate ist open. Geh durch die Gate. Geh durch die Gate. Es ist gefährlich. Geh es. Was ist hinter dem Gate? Wo will ich dich? Es ist nicht sicher. Du bist noch nicht alive. Du bist noch nicht alive. Dillian. Da ist er. Was hast du für? Quick, find a way. Find ihn. Geh durch. Before er nicht mehr. Dillian, nicht ihn verlieren. We're in the wrong world. He's not in this world. He's in the other world. He's in the dark world. The dark world. The world once seemed so simple. Black and white. Darkness and light. Narrow dividing lines of our own making. Dillian taught her to see further. To peek through the cracks and see the worlds of color stretching away from the gloom. And Senu explored new paths into the unknown. You can't go up there. You can't go up there. Not in this world. No. Not in this world. You can't. Not in this world. I can't go up there. It's anyone. Do you remember meeting him beneath the tree? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Do you remember what love feels like? The gods feast and rejoice and amuse themselves by throwing spears and stones at Baldr, striking at him with sword and axe. But he comes to no harm, whatever they do. The gods never cease to wonder at this great marvel. But Loki shapes himself into a woman and asks Baldr's mother, is it really true that all things promise to keep him sane? I did not ask the mistletoe, Baldr's mother confesses. Oh my God. 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 I need to go back here. Oh my goodness. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh no, 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 no. Ich würde mal sagen, das machen wir gleich. Ciao!